Herzlich willkommen bei der Rainer SCT Akademie. Wir zeigen Ihnen heute, wie Sie Ihren Cyberjack RFID Comfort in Betrieb nehmen können. Bevor Sie Ihr Chipkartenlesegerät in Betrieb nehmen, installieren Sie bitte den Gerätetreiber, wie in unserem Video Installation Rainer SCT Cyberjack unter Windows beschrieben. Sie haben sich für unser Premium-Produkt entschieden, mit dem Sie hochsicheres Online-Banking betreiben, die elektronische Signatur nutzen, sowie den elektronischen Personalausweis lesen können. Wir zeigen Ihnen nun in einfachen Schritten, wie Sie Ihr Chipkartenlesegerät in Betrieb nehmen können. Es befindet sich in der Verpackung neben dem Chipkartenlesegerät noch folgendes Zubehör. Ein Standfuß, zwei USB-Kabel in den Längen 1,30 Meter und 35 Zentimeter, die Installations-CD und eine Kurzanleitung. Die Installation der Gerätetreiber-Software haben wir in dem Lehrfilm Installation Rainer SCT Cyberjack unter Windows für Sie bereitgestellt. Diesen Film finden Sie ebenfalls im gleichen Kanal. Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie, die das Display während des Transportes vor Kratzern schützt. Als nächstes wird der Standfuß montiert. Schieben Sie diesen, wie im Film zu sehen ist, auf das Gerät, bis er spürbar einrastet. Jetzt wird das spezielle USB-Kabel befestigt. Sie haben die Wahl, ob Sie das lange oder kurze Kabel montieren möchten. Stecken Sie dieses mit dem Pfeil nach oben in die dafür vorgesehene Buchse. Führen Sie das Kabel nach Ihren Wünschen zur Seite oder nach oben heraus. Das war alles. Ihr Chip-Kartenlesegerät ist nun fertig montiert und einsatzbereit. Als nächstes stecken Sie das USB-Kabel in einen freien USB-Port Ihres Rechners ein. In unserem Beispiel auf der Vorderseite des Rechners. Zum Test des Chip-Kartenlesers öffnen Sie bitte den Cyberjack Gerätemanager. Alternativ können Sie Ihr Chip-Kartenlesegerät auch auf der Rechnerrückseite einstecken. Auch hier können Sie den Test im Cyberjack Gerätemanager durchführen. Starten Sie diesen, klicken Sie anschließend auf Test starten und folgen Sie den angezeigten Anweisungen. Bei technischen Anfragen steht Ihnen unser Support gerne unter support.reiner-sct.com zur Verfügung.